Das Datum des Weltendes. Die christliche Bibel weist darauf hin, dass es einen Zeitpunkt geben wird, an dem die weltliche Herrschaft, wie wir sie kennen, enden und die irdische Herrschaft Christi beginnen wird. Dieser Moment als das Ende der Welt bezeichnet, hat kein festgelegtes Datum. Laut dem Evangelium nach Matthäus stellte Jesus selbst klar, dass nur Gott das Datum kennt, in dem er sagte, von jenem Tag und der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel des Himmels, sondern allein mein Vater. Trotz der Warnung, die Jesus zugeschrieben wird, gab es in den letzten tausend Jahren Dutzende von Prophezeiungen, die angeblich aus Interpretationen der Bibel hervorgingen, die das Datum des Weltendes vorhersagen. Als die Welt auf den Übergang vom ersten zum zweiten Jahrtausend nach Christus zusteuerte, griffen die Armeen der christlichen Königreiche die Heiden an, um sie vor dem als unmittelbar bevorstehend geglaubten Enddatum zum Christentum zu bekehren.